Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost of Tsushima Directors Cut auf der Playstation 5 mit mir, dem Dennis und wir spielen gerade die Main Story, die Geschichte von Fürstin Masako und sprechen direkt mal mit ihr. Ich würde dem auch nicht vertrauen. Moment, Moment, Moment. Diese Statue will ich mir angucken. Nice. Und ihr wollt mir sagen, das Game ist nicht einfach ultra nice. Jetzt stellt euch mal vor, das war vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Und ist es auch noch alles geschichtlich korrekt? O-M-G. O-M-G. Ich sollte dem Mönch bloß Angst einjagen. Ich wusste, er verliert seine Ruhe. Macht einen Fehler. Jetzt führt er uns zu seinen Freunden. Bleibt in der Nähe. Man darf uns nicht sehen. Lieber nicht. Miserate, wie er noch guckt. Schnell zum nächsten Stein. Verstecken wir uns ein bisschen im hohen Gras. Keine Sorge, Digga. Du kannst suchen, wie du willst. Du findest mich nicht. Denn ich bin Fürst Sakai, der Unsichtbare. Laufe durch das Laub. Schrecke Vögel auf. Und du siehst mich trotzdem nicht. Muahaha. Aber ich sehe dich dafür. Verdammt. Oh nein. Aber ich habe ihn noch gar nicht getroffen. Oh, wie ärgerlich. Okay. Sorry. Hat er es verkackt. Sorry, sorry, sorry. Ich schieße nicht mehr auf ihn. Versprochen. Versteckt euch. Puh, das war knapp. Fast hätte er uns gesehen. Wenn wir uns nicht so cool zur Seite gerollt hätten. Das werde ich gleich nochmal probieren. Okay, jetzt macht er es nicht mehr. Egal. Hinterher. Alles gut. Alles easy. Ich denke, ich muss da mal ganz kurz rüber. Wahrscheinlich will sie hier oben, ah, da war noch Bambus, auf den Ausguck. Hoppala. Bin mal wieder. Ich habe es mal wieder zu gut gemeint. Wir hätten gar nicht so weit nach oben gemusst. Das hätte hier unten schon gereicht. Ja, das wird nicht lange dauern. Geil. Ich will sehen, was der mächtige Samurai kann. Da hast du es. Es ist nur geil. Hey, geht's doch. Sag mal. Gut abgewehrt. Aber es reicht nicht. Hey. 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 Gleich hat er den Block durchbrochen. Jawohl. Block durchbrochen. Oh mein Gott, ist das nice. Oh mein Gott, ist das nice. das ist nämlich mal ein eintritt hat irgendjemand von euch was für mich nee 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 ich kann nix looten hier traurig ab nach oben hallo mönch ihr habt den adachi clan ausgelöscht ich war nur ein boote für wen wissen setzt dem leid kein ende ihr wisst nichts darüber was leid ist masako ich begrub meine familie nach dem anderen ich brauchte tage doch euch überlasse ich den wölfen wir brauchen ihn lebt bis wir wissen wem er dient unsere welt hat sich gewandelt und visionäre müssen sich erheben wer im weg steht wird beseitigt sie waren Kinder jawollo er hätte niemals geredet wir brauchen informationen irgendwas muss uns doch weiterhelfen sucht draußen ich kümmere mich um das hier yo masako hat ein massaker angerichtet so was würde ich mal sagen jinn sherlock holmes untersucht mal die spuren namen und ein symbol masako kennt sie vielleicht die spuren suche hier ich komm zu dir aus dem fenster hat eine liste mit namen und ein klansymbol dasselbe symbol tragen diese männer ich habe es noch nie gesehen ein anderer klan der die macht übernehmen will wir müssen ihn aufhalten das werde ich das schafft ihr nicht allein wenn mein onkel davon erfährt wird er nicht ruhen bis die verräter für ihre tat büßen helft mir dann vernichten wir jeden der euch verletzt hat gemeinsam wenn ihr hilfe braucht bei der rettung eures onkels werde ich da sein perfekt bis es soweit ist habe ich zu tun einen weiteren verbündeten dazugewonnen und unser pferd freut sich über einen apfel so muss es sein sehr schön dann sage ich an der stelle vielen dank fürs einschalten lass uns weitermachen mit der nächsten mission und zwar werden wir hier wir werden hier wenn wir eh schon gerade in der nähe sind die andere seite der ehre weiterspielen ich freue mich also bis zum nächsten mal tschüss